So Leute, da bin ich wieder, mitten im Kartenduell. Und mein Spiel laggt? Es laggt während dem Aufnehmen. Was zur Hölle ist das denn jetzt auf einmal? Oder es liegt einfach an der Rob. Das kann auch sein. Oh, ich kann Same machen. Bam! Ein Kombo. Yeah! Doppelkombo. Äh, ja. Jetzt hab ich eigentlich gewonnen. Oder? Ach ja. Was bekommt er? Ja, ausgerechnet mein El Noir. Bastard. So, her mit deinen Karten. Ey, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, dass das Spiel jetzt so laggt auf einmal. Okay, okay. Ich hab's versprochen. Gib mir mal den Kampfzähler. Mal sehen. Okay, fertig. Jetzt bekommt ihr genauere Kampfstatistiken. Ja. Eigentlich ist das nicht so nötig. Man kann jetzt halt zusätzlich zu den Statistiken noch andere Statistiken sehen. Ähm, ja. Ich glaub, ich hab eine... Eine Zelle vergessen. Das ist egal. Das ist wirklich egal. Entweder es liegt gerade an Fraps oder irgendwas spackt hier gerade. Total. Safe Point? Ja. Ich werde mal speichern zur Sicherheit. Nicht, dass... Nicht, dass das Ding hier abstürzt und dann sind meine ganzen Safe States im Arsch. Nee, nee, nee. Das möchten wir ja nicht. Irgendwas spackt hier gerade so ziemlich. Also... Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Na. Da will ich doch gar nicht hin. Da. Dann geht's nämlich noch ein weiter nach oben. Verdammt. Scheiß Dinge. Ich weiß nicht, was los ist jetzt im Moment. So, das ist die elfte Etage und wir dürfen wieder außen rumlaufen. Ich glaube, jetzt haben wir alle Gegner gesehen. Deswegen bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, war nur ein dover Transformer mal wieder. Ho, ich hab ihn in seine Einzelteile zerlegt. Ho, 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 ho. Außerdem hab ich ein bisschen an meinen Einstellungen rumgefriebelt, gerade bei meinem Emulato. Weil es eventuell daran liegt, dass es gerade so geleckt hat. Also es ist ja fürchterlich. Was gibt's hier? Gar nichts. Gar nichts gibt's hier. Savarei. Dafür betrete ich diesen Raum. Ich glaub's ja wohl. Wer das jetzt gleich wieder leckt. Dann hab ich die Schnauze voll für heute. Also dann, ähm... Kannst du mich mal kreuzweise am Arsch lecken, ey, Emulator. Ich spür's dir. Was ist das denn für einer? Äh, wollt ihr was? Wie wär's mit einer Runde Karten? Wenn wir gewinnen, bekomm ich auch was. Ein Spiel, 200 gilt. Na gut, dann spielen wir auch gegen ihn Karten. Und mal sehen, was wir bekommen. Diese Typen sind alle so verzweifelt, dass ich schon Geld für Karten, für Kartenspielen verlang. So, und wieder ist Direct im Spiel. Das heißt, ich werde wieder einige schwache Karten nehmen. Ja, ja doch, das ist gut. Ja, hm. Okay, jetzt lag's nicht mehr. Merkwürdigerweise. Ja, was mach ich denn da? Hm, 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 hm. Ich würde sagen, wir legen die beiden hier runter. Ja. Dann lege ich die Karte hier hin. Okay. Okay, ich kann kein Same machen. Das ist schon mal klar, aber ich kann wenigstens diese Karte wieder zurückerobern. Ah, nooos. Okay, jetzt muss ich verdammt... Äh. Ja, ein Unentschieden. Egal, ich bekomme Archudinos. Ey, bekomme eine Beleumdungskarte. Okay. Guter Deal. Dann versuche ich es einfach nochmal. Es wird auch Videos kommen, wo ich, ähm, vielleicht sogar nur Karten spiele. Also, jetzt ist ein bisschen... ...wenig mit Karten spielen gewesen bis jetzt. Das gebe ich auch zu. Äh, viele verlangen... Oder was heißt verlangen? Viele wünschen sich auch, dass ich mehr Karten spiele. Kann ich auch verstehen. Es ist ja ein recht geiles Spiel. Recht geiles Spiel im Spiel. Oh, und das ist genauso wie Geheimgang im Geheimgang. Äh. Es lag wieder. Ey, fickt euch doch langsam. Was ist hier los? Warum lag dieses Drecksspiel auf einmal? Oh, Leute, ich bin immer gefragt, ob es an Fraps liegt oder an was liegt das jetzt hier auf einmal? Dass das ganze Spiel hier auf einmal lag bis zum Umfall. Ja, toll. Was mache ich jetzt? Wenn ich Glück habe, komme ich noch hin, aber... Ja, komme ich noch hin. Okay. Was bekommt er? Okay. Nimm deine Adamantai-Mai-Karte. Was bekomme ich von dir? HP Plus erhalten. Okay, was ist das denn? Ist das ein Item oder... Oh, was ist das? Äh, HP Plus erhöht HP eines Charakters. Oh. Äh, wie darf ich mir das denn vorstellen? Achso, erhöht die Maximal-HP. Ach, verstehe. Gut, das werde ich mir noch aufbewahren. Vielen Dank. Es lohnt sich, Karten zu spielen, Leute. Es lohnt sich. Es lohnt sich, mein Emulator aus dem Fenster zu werfen. Warum auf einmal so leckt, ey? Oder Fraps hat irgendein Problem. Das kann natürlich auch sein. Oh, und die zwölfte Etage. Es ist so ätzend, dass man hier immer diese Etagen herauflaufen muss. Es ist so ätzend. Oh, deswegen hasse ich das Gefängnis auch so sehr. Ich bekomme da immer Heulkrämpfe. Da kann ich nicht rein, okay. Aber vielleicht da. Auch nicht. Ja, gut. Ich gebe es ja auf, in andere Zellen reinzugehen. Mann. War gerade so spannend. Oh. Sieht so aus, als ob ich oben wäre. Juhu. Das ist gut. Ja, dann folgen wir mal unserem kleinen Freund. Hey, wer ist denn da drin? Aha. Verstehe. Die können die Sicherung alle deaktivieren. Oh, warum können sie das denn? Ein Kampf noch zum Abschluss. Was zur Hölle? Oho. Ach, wie niedlich. Ein Galbadia-Soldat. Was willst du denn, Alter? Ja, ich komme das nicht. Echt? Wollen wir mal sehen. Bam, bam. So viel, wie ich dir abziehe, Alter. So viel würdest du dir mal wünschen, dass du so viele Hitpoints bekommst. So. Der Captain, Felix Feder, joa. Und Siren Level Up. Yeah. Leute, an dieser Stelle werde ich einen epischen Cut mal wieder machen. Was erwartet uns denn bitte in diesem Container oder in diesem Behälter? Oder sagen wir einfach in dieser Zelle? Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder von der Partie. Bis dann.